Hey Leute, willkommen zurück bei Minecraft mit Kati. Hallöle. Hallöle. Auf dem Server von Tobi. Und ja, wir waren wieder fleißig. Fleißig. Wie die Bienchen. Kati war fleißig, weil sie hat hier sämtliche Truhen einsortiert. Nach einem System. Ja, das ich immer noch nicht verstanden habe, aber es hat System. Ich habe das immerhin gebaut, ja. Ich habe hier auch ein bisschen was zu beigetragen. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich aber das hier gemacht. Ich habe unsere Haus noch mal umgebaut. Ja, ihr seht schon, Einrichtung brauchen wir nicht. Nein, wir verzichten da vielleicht drauf. Wir haben nur aggressive Hunde aktuell. Ja, genau. Kati hat nämlich irgendwann mal ihre Hunde auf mich gehetzt, dann bin ich gestorben. Du hast sie angegriffen. Ja, weil ein Creeper im Keller war. So, hier ist unser kleiner Balkon. Genau, den wollte ich nämlich haben. Jetzt kann sie hier zum Volk sprechen. Meine Damen und Herren, bitte hören Sie uns zu und geben Sie uns heute 200 Likes auf diesen heutigen Minecraft-Part. Danke. Ja, auf die letzten 200 Likes wurden ja auch wieder nicht 200 Likes gegeben. Wieso machen wir den Scheiß? Ja, eigentlich nur frage ich mich immer wieder. So, und hier oben ist unser Reich, könnte man sagen. Unser Bett halt. Okay, unsere Spielwiese. Genau. Und da ist Kathis Brücke, haben wir extra ein schönes Fensterchen. Von außen sieht unser Haus noch aus wie Zellenblock A. Tja, Kathi Kabenbauer wohnt hier auch. Das wird alles noch ein bisschen verbessert. Ja, oh, unser Reis ist fertig. Äh, unser Treide. Unser Reis. Ey, wir bauen inzwischen Reis an. Yay. So. Also er wächst ab und an dann doch mal, wenn er... Ja, irgendwas haben wir trotzdem falsch gemacht. Bei den anderen wächst er viel regelmäßiger und viel besser. So, und mit euch wollten wir heute wieder in eine Höhle gehen. Naja, hier also, das ist unser Zellenblock übrigens. Sieht wirklich voll aus wie so ein Knast, oder? Nur mit den einen, aber komisch halt, dass da ein Fenster ist. So, weil Kathi hat Steine gesammelt und hat dabei... Nee, nee, so rum war es gar nicht. Kathi hat aber trotzdem Steine gesammelt. Genau, da hinten habe ich eine ganze... Aber ich habe hier durch Zufall, keine Ahnung warum oder wann das sich hier aufgetan hat, eine Höhle entdeckt. Genau. Und wo wir gestern hier gezackt hatten, ohne Aufnahme, weil wir zocken auch manchmal ohne Aufnahme... Ähm, oh, da hinten ist ein Skeletor. Da waren doch hier tatsächlich, äh, wie hießen die nochmal? Silberfische, ne? Genau. Auf einmal kamen sie aus den Wänden raus. Und dann dachten wir... Oh, da ist noch ein Skeletor. Uh, und dann dachten wir einfach... Aha, moin. Hast du, äh, Fackeln dabei? Ja. Okay. 47 Stück. Und wir dachten... Oh, Vorsicht, die laufen da nicht hin. Was, was, was? Da sind, glaube ich, vier oder fünf Skeletors und Zombies und alles. Darf ich jetzt mal ausregen? Ja, bitte. Ich bitte. Okay, also wir dachten uns dann, ne, bevor wir hier weitermachen und ihr dann gar nichts hiervon mitbekommt, Vorsicht, ähm, dass wir das Ganze jetzt einfach per Aufnahme machen. Genau. Bei Dungeon und so, voll cool. Warte mal, ich muss jetzt erstmal ein bisschen was futtern. Genau, wir wollten dann das hier nicht ohne euch machen. Und ja, Leute, heute gibt's leider keine Kati-Camp, weil Kati fährt morgen in Urlaub. Genau. Das heißt, sie schafft es nicht mehr zu rendern. Aber sie nimmt sich extra noch die Zeit für euch und für mich, dass wir uns so noch ein bisschen Minecraft folgen, für ihren Urlaub sozusagen zusammen geiern können. Genau. Danke, Kati. Dafür gibt's, ja gerne doch, dafür gibt's dann wieder in der nächsten Aufnahme-Session schön meine Kati-Camp. Ja, genau. Und dafür gibt's jetzt auch hoffentlich 200 Likes für dich, für dieses selbstlose, aufopfernde Verhalten. Na komm, spinni. Au. Boah, what the fuck? Arsch, genau. Ih, die hat die Auge verloren. Ey. Erst schießt er auf die. Oh, vorsichtig, da runterfallen. Oh Gott, hier geht's ja runter. Ja, ja, deswegen. Ich bin auch kurz vorher lieber stehen geblieben. Mit Lava. Ach, wie schön. Aber da unten hatten wir noch einen Weg gefunden, ne? Du weißt auch. Ey, Kati, hier ist noch... Das geht hier immer weiter alles. Und das Eisen ist da runter. Wollen wir erstmal dahin gehen, wo die Silberfische haben? Ja, warte, bloß mein Eisen ist hier runtergefallen. Das sammle ich noch schnell ein. Okay. Jetzt renne ich schnell weg. Nicht das hier. Creeper, komm. Oh nein, ey, wie viele Gegner sind denn? Haha, vollidiot. Wie viele Gegner hier sind, oder? Ja, ist übel. Irgendwie entdecken wir hier voll die krassen, megageilen Höhlen. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Da geht's auch noch weiter. Ach, wir sind ja schon hier unten. Stimmt, wir sind jetzt hier hingekommen. Weiß ich nicht. Hier waren wir doch gestartet. Ach so, wir sind ja hier runter. Okay, ja gut, dann können wir... Okay, ja. Okay, lang genau hier waren halt die Silberfische. Ich verstehe nicht, warum jetzt keine kommen. Ja, und vor allem, wir hören auch keiner. Also ursprünglich sind wir eigentlich nur losgegangen, weil unsere Hunde die ganze Zeit voll auf Agro stehen, egal ob wir uns ein- oder ausloggen, egal ob sie uns lieb haben oder nicht. Und dann haben sie irgendwann mal so ein Skelett angegriffen und dann ist uns klar geworden, hey, unter unserem Haus ist wahrscheinlich ein dicker, fetter Spawner oder so. Naja, Spawner haben wir noch nicht gefunden, aber... Hä? Oh. Ach so, das ist ein Skelett. Ja, ich dachte auch... Ich dachte gerade schon, was liegt da denn? Ja, ich dachte auch, das sah eher so aus wie so ein... Ach so, der lebt ja noch. Hier, guck mal, hier kommen wir auch zur Lava runter, ganz gechillt. Okay. Ja, wollen wir nicht erst mal das Eisen und so mitnehmen? Ähm, ja. Also ich finde, Eisen können wir immer ganz gut eigentlich noch gebrauchen. Eisen kann man immer gebrauchen. Da können wir uns auch mal Rüstungen herstellen. Wir haben doch gar keine Rüstungen, ne? Mhm. Wir sind ja voll die Wilden, ey. Mhm. Wobei, ich hatte schon mal eine Lederrüstung, die aber kacke aus. Nee, eine Lederhose habe ich dir angezogen. Mhm. Oder was heißt angezogen, habe ich dir gemacht. Mhm. Und mich gezwungen, sie anzuziehen. Ja, ich habe halt einen Lederfetisch. Mhm. Weiß ich schon. Und Leder von mir aus. Okay, meine lieben Freunde, ich gehe dann mal in den Urlaub. Ja, besser ist es. Lange noch weiter. Was meint ihr, warum sie überhaupt in den Urlaub fährt? Damit sie endlich mal eine Woche, zwei Wochen vielleicht sogar Ruhe vor mir hat. Nicht mehr sexuell belästigt wird. Von einer sexuellen Pädokrabbe. Ja, genau. Vorsicht, von rechts können wieder Leute kommen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wieso wir jetzt doch wieder Kohle einsammeln. Keine Ahnung. Können wir eigentlich lassen, oder? Ach, ich sammle gerne Kohle einsammeln. Wenn sie hier schon rumliegt, also wir müssen ja jetzt nicht jedes Fizzich hineinsammeln, aber warum sollen wir sie jetzt liegen lassen, ne? Ah, hier geht es auch. Da unten ist Wasser, ne? Da unten ist auch schon wieder eine Höhle mit Wasser. Wollen wir mal irgendwie ein System machen, wie wir gehen? Ja, du machst das System. Ich folge dir nur. Okay, ich gehe einfach hier lang. Kennst mich doch. Okay. Okay, warte, warte, warte. Aber guck mal, hier ist Wasser. Vielleicht führt uns das zu unserem Haus hoch, weißt du so? Da, wo auch unsere Wasserquelle ist. Kati, ich enttäusche dich nur ungern, aber Wasser fließt nach unten. Nicht nach oben. Auch in Minecraft. Du, du weißt doch so, unsere Wasserquelle und da sickert es jetzt hier runter in die Höhle, weißt du, was ich meine? Ach, das meinst du, ja. Ja. Also hier ist eine Sackgasse. Ich würde gerne jetzt einen Dungeon sehen, Mensch. Ja, dann gehen wir halt jetzt. Hier ist ein Fenster. Was? Ja. Dann gehen wir jetzt halt da runter, wo du runter wolltest. Ich weiß ja nicht, wo ich gehen will. Doch, du willst doch jetzt im Wasser, hast du gesagt. Ja, nur mal gucken halt. Ja. Oder vielleicht dann. Gucken kostet nichts. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Okay. Ja, weißt du hier, dass es dann irgendwie zu unserem Häuschen jetzt hier hochführt? Ich glaube, das ist einfach nur eine Wasserquelle. Kannst du bitte einen Blick nach oben darauf richten, ob hier irgendwie ein Creeper auf meinen Kopf springen will? Ja. Weil ich glaube, ja, ich habe noch unsere Diamanten an Bord. Okay. Warum du die nicht in die Kiste legst, ey? Die haben die. Ja, ich weiß auch nicht. Wusste ich irgendwie, wusste ich nicht, in welche Truhe. Obwohl eigentlich, wenn man es so sieht, müssten die dir, äh, die, die Dingens ja, warte, ich mache das Wasser mal weg, müssten die Diamanten ja zur Kohle, ne? Ja, könntest du auch da reinlegen, wenn du willst. Rein chemisch betrachtet. Okay, jetzt fangen wir an hier mit den schweren Sachen des Lebens. Ich enthalte mich. Ja, genau, zum Beispiel so Meth kochen und so. Ja, das, das weißt du natürlich. Ich, ich habe da leider noch nicht so Erfahrung drin. Du hast ja auch Breaking Bad geschaut, dachte ich, oder? Ja, klar. Ja. Vorsicht, hier geht es auch noch runter. Okay. Oh, da bist du ja. Da ist die Lava. Hier ist irgendwie nichts, glaube ich. Doch, warte mal, da habe ich doch... Hier könnte eine Fledermaus sein. Ich dachte, ich habe hier irgendwas sich bewegen sehen. Mein Etwas. Übrigens, mir ist wieder eingefallen, hier ist ein bisschen Wasser. Mir ist eingefallen, wenn man einen Kürbis auf den Kopf setzt, ne? Dann darf man Endermänner anschauen. Echt? Ja. Wie cool. Das ist echt lustig, bestimmt. Da muss ich mir demnächst einfach mal ein paar Kürbisse auf den Kopf setzen. Ja, wir haben ja genügend Kürbisse, so ist es nicht. Mhm. So. Ah ja, hier ist die Lava, stimmt. Jetzt ist aber auf einmal wenig los, oder? Jetzt sind fast gar keine Gegner mehr hier. Ja, ist komisch, oder? Hier ist Eisen. Was sehe ich denn da schon wieder? Ah, eine Fledermaus. Ich habe ein Zombie gehört. Ich kann so einen dicken Dungeon finden, ey. Weil du nicht immer alles finden willst. Hey, guck mal, hier ist was Grünes. Was Grünes? Aha. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich kenne es nicht. Hä? Moment. Lass mich kurz schauen. Ja. Ein Smaragd. Oh. Was kann man damit denn machen? Keine Ahnung. Jetzt bräuchten wir wie bei Terraria so einen Guide, der dir immer sagt, was du mit den ganzen Sachen machen kannst. Das finde ich echt cool bei Terraria, weil du findest irgendwas und kannst einfach so schauen. So, hm, was kann man damit machen? Boah, guck mal, da geht es noch weiter. Ja, guck mal hier. Unter uns. Ja, ja, genau. Ich mache hier einmal kurz hell, damit. Das ist voll verwirrend, ey. Was ist das denn für eine komische Kifferregelion? Gleich sind wir bestimmt auf einmal irgendwie bei irgendjemand anderem so zu Hause in der Hülle. Aber guck mal, das ist irgendwie voll... Okay, hier ist wieder gar nichts, kann doch gar nicht sein. Das sieht aber auch wie gemacht aus, oder? Hier ist jetzt einfach mega viel Gravel. Das sieht aber auch wie gemacht aus, finde ich. Scheiß Gravel. Ach, guck mal, dahinter geht es weiter. Ja. Cheat, ey. Krass, hier ist noch ein bisschen Eisen. Hier ist Eisen, okay. Meinst du, hier geht es auch noch wieder hinter weiter? Stimmt, oder? Da kann ich den ganzen scheiß Gravel immer mitnehmen, ey. Vorsicht, ich höre was. Ich höre auch den. Hier links, ne? Ja. Ja, könnte so sein, dass das hier hinter doch noch weitergeht, weil... Auf jeden Fall... Nee, nee, nee. Guck mal, hier. Hier, hier, hier. Auf der Seite. Ah, okay. Moment, warte mal. Ich würde mal eben gerne noch ein paar Fackeln herstellen. Okay. Hast du eigentlich noch Fackeln oder gar keine mehr? Ah, ah, gar keine mehr. Okay, ich habe jetzt 50 noch. Damit müssen wir jetzt auskommen. Was brauchen wir nochmal für Fackeln? Äh, Stickys. Stickys, ja. Ah, ja, gut, Stickys habe ich auch nicht dabei. Ich habe meine letzten jetzt verbraten. Oh, ich habe Schiss, dass ein Creeper kommt, ne? Guck mal, da hinten ist es... Wollen wir hier kurz nach links gehen, weil hier sind auf jeden Fall Gegner, dass wir die schon mal... Okay. ...nichter, die uns in den Rücken fallen, weißt du? Es ist aber bisher nur ein Zombie. Ich habe eine Spinne gehört. Aber es ist komisch, ne? Diese, diese komischen Fischchen und dann sind sie auf einmal gar nicht mehr da? Ja. Meinst du, die, die, die spawnen auch irgendwie, wenn man die... Ich weiß es nicht, wenn man das im Server verlässt vielleicht... Oh Gott. Was denn? Ich bin so episch. Ja, ich wollte mich hier gerade runterbauen, ne? Und unter mir ist Party-Action. Ja, ganz ehrlich, ich habe es in der Karticam gesehen, wie du in die Lava gefallen bist, ne? Unter dir abgebaut, ey, seriously. Du, das weißt du, weißt du, weißt du, in der ersten Aufnahme, ich breche heute so viele Regeln, ich breche heute immer meine eigene Regel, dass man unter sich nicht abbaut. Und daran habe ich mich orientiert. Du bist der Meister, du hast mir Minecraft. Ich bin der Meister. Du bist Joel. So eine Scheiße, ey. Du bist Joel. Du bist mein Minecraft-Meister. Dann lass hier lang. Oh, da hast du dir aber echt einen super Meister rausgesucht. Ey, wir müssen doch hier mal irgendwo ein bisschen besser runterkommen. Warte, ich baue uns hier mal... Ey, das gibt's nicht, die verfolgt mich. Die Spinne stalkt mich. Warte, 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 warte. Lass mich... Fame-Hure. So, Vorsicht, die Spinne ist hier unter noch. Ja, warte, ich habe schon ein Schwert gezückt. Aber irgendwo war da noch ein Creeper, ne? Echt? Wir müssen da aufpassen, ja. Ah, okay, warte, das ist scheiße. Creeper sind immer schlecht. Warte, der ist da hinten, okay. Ich habe dir hier einen Weg hochgebaut. Ja, alles klar. Da hinten sind zwei Zombies und hier unten ist die Spinne hier unten. Die backt sich gerade unten ein bisschen. Okay, ich komme jetzt mal zu dir. Spinne ist tot. Skeletor, Skeletor. Gott, Mann, das schreckt mich doch nicht so. Du scheiß Dreckskelett, Mann. Blödes Drecksvieh. Da kommt noch ein Skeletor. Okay. Da unten geht es übrigens auch noch weiter, ne? Oh, fuck, ey. Vorsicht, nehmen wir uns. So. Oh! Vorsicht. Wo sind die Creeper? Ich sehe die Creeper nicht. Da hinten war auf jeden Fall einer. Da hinten ist einer, siehst du? Ich habe mega, ne, ich gucke da gerade nicht hin. Ich habe mega Schiss vor Creepern, ey. Da, wo der Zombie ist, steht einer. Ich bin hier oben übrigens. Übrigens, du hast einen Pfeil im Kopf. Besser als einen Pfeil im Knie. Ja. Äh, wo bist du denn? Hier ist noch mega viel Eisen. Und Gold. Ich habe Gold entdeckt. Wo bist du denn? Oh! Da, fuck, wo ihr bist. Warte, 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 ich komme gleich zu dir. Tschüss, wo du... Bleib stehen, einfach da. Dann sammle ich dich ein. Äh, hier. Rechts von dir. Hm, hä? Komm hier wieder runter, du musst hier runter. Hier, hinterher. Ah, hast du so einen komischen... Ja, ich habe noch einen anderen Arm gefunden, genau. Dann können wir hier das Eisen. Da links, dann nehme ich das hier mit. Aber mich Minecraft-Meister zu nennen, das ist ja so, als ob ich, äh, dich Terraria-Meister nenne. Nein. Das ergibt ja jetzt keinen Sinn. Nein, das ergibt ja jetzt keinen Sinn. Weil du spielst ja länger Minecraft als ich. Und ich spiele ja nur wegen dir Minecraft. Also bist du mein Minecraft-Meister. Oh Gott. Ja, dann gehe ich halt da runter und baue da ab, wenn du meine Ader klaust. Entschuldigung. Wollte nicht unhöflich sein. Guck mal, da ist noch mehr. Noch mehr Gold? Ja. Wow. Nee, gar nicht Eisen. Wie viel Gold wir aber jetzt schon haben eigentlich, oder? Ja. Können wir uns da bald mal einfach eine goldene Krone bauen? Ja, ich will eine Krone. Nur für mich. Aber ich würde da dann doch... Oh Gott, diese Fledermaus, ey. Warum verfolgt die mich so? Ah, jetzt sind wir wieder einmal rumgekommen. Ist interessant. Sonst war hier nichts mehr. Oh, guck mal, der springt im Weich herum. Ja, klar. Der freut sich voll. Lässt das halbe Eisen da liegen. Was denn, wo denn, hä? Hier sind noch vier Eisen an der Decke gewesen. So. Okay, ich sehe deinen Namen. Hallo. Irgendwie habe ich mega viel Hunger, wenn ich hier unten drin... Oh, da hinten ist der Creeper. Warte. Vorsicht. Ja, es sind zwei. Ein... Oh, ein Getigerter. Oh, Vorsicht. Nehm dir, nehm dir, nehm dir. Ein Skelett. Na, ich stirb. Tot. Wo sind die scheiß Creeper hin, ey? Die haben Angst. Da hinten. Ja, da hinten direkt. Ah, treffe ich von hier nicht so gut. Aber Moment, wir können hier mal ein bisschen... Vorsicht. Vorsicht, da ist ne... Ja. Oh Gott, ey, ich bin da echt fast... So. Gott, ich habe voll Angst, dass jetzt gerade ein Creeper hier dann noch... Ne, ist aber gerade ist keiner. Aber ich hau hier mal ein bisschen Licht hin. Ja, wollte gerade sagen. Bitte, bitte, mach es hell. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Creeper da unten. Da, 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 direkt von uns. Aber nicht hinter mir, oder? Nein, 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 nein. Hinter dir kommt nur ein Zombie. Oh, und ein Skeletor. Ach, über uns ist es auch noch. Der steht über dir. Oh, fuck. Ach, du Heiliger. Lauf, 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 lauf erst mal. Ich habe ja auch einen Bogen. Oh, Creeper, 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 Creeper. Direkt vorne, wenn du wegkommst. Pass auf. Ja, hier ist hinter dir her. Er verfolgt dich. Ja, ich sehe es. Ich spring hier erst mal hoch wieder, weil hier oben kommt er ja nicht hin, ne? Nein, hier oben ist auch noch ein Creeper. Scheiße.